Boah, Junge, hast du Haare auf dem Kopf? Ja, so nach drei Monaten, ne? Hammer! Da schneide ich aber jetzt nicht mit Kamutschere. Da nehme ich aber größere Maschinen für heute. Okay. Ja, ich vertraue dir, weißt du. Wiederhalten! Na! Dann wenn wir Tom in Parkland wiedersehen, Ja, na. So, Jungs, jetzt wollen wir mal gucken, ne? Ja, sieht doch schick aus. Ja. So, so fühlt sich wieder wohl, weil? Auf jeden Fall, was man doch so alles mit großem Werkzeug anstellen kann, ne? So, jetzt anständige Rasur noch. Und voilà! Ja.